Hallo zusammen, ein neuer Monat hat begonnen und somit möchte ich mit euch die Einnahmen und Verkäufe vom Juni mal durchgehen. Wie ihr seht, das sieht eigentlich ganz gut aus. Es ist nun etwa auf dem gleichen Niveau wie letzten Monat. Ich habe sogar einen Sale mehr gehabt. Das heißt, wir sind jetzt in Summe hier bei 42 Euro und habe 111 Euro verdient. Also 42 Stück und 111 Euro verdient. Gehen wir mal die Plattformen im Einzelnen durch. Fangen wir mit MBA an. Da sieht es wie folgt aus. Ich hatte 12 Brutto-Sales, 2 Returns. Das heißt, wir sind letztlich bei 10 Sales im Monat Juni. Amazon schwächelt ein bisschen, muss ich sagen. Aber ich bin jetzt bei in Summe 94 Netto-Sales. Das heißt, mir fehlen jetzt noch 6. Bin allerdings bei ungefähr einer Return-Rate von 8,33% oder was. Ich denke allerdings, dass ich bei den 100 Sales, wenn ich die voll habe, also mir fehlen jetzt noch 6 Sales, dann dürfte die Return-Rate unter 8% sein, sofern natürlich keine weiteren Returns dazukommen. Woher die Returns kommen bzw. wieso die zustande kommen, kann ich so nicht sagen. Ich habe ein Design, das ich sehr gut verkaufe. Das ist ein reines Text-Design, ohne irgendwelche Effekte oder irgendwas. Also ich sage mal, da sollte man eigentlich das kriegen, was man bestellt hat. Wäre für mich jetzt so nicht nachvollziehbar, wenn es aufgrund von Druckproblemen, also von Druckproblemen aufgrund der Grafik, sage ich ja mal, zu Returns käme. Also dass irgendwie jemand was anderes erwartet hat von der Qualität. Gut, was natürlich sein kann, ist, dass Amazon irgendwas versemmelt, verbockt hat. Das weiß man ja so immer nicht. Auf jeden Fall sind wir da ungefähr auf dem gleichen Stand wie im Juni, wie im Mai. Jetzt schauen wir mal, wie es sich entwickelt. Ich hoffe, dass ich in der nächsten Tierabwelle dabei bin, weil die letzte habe ich leider nicht erreicht. Da hatte ich allerdings auch nur, glaube ich, 86 Netto-Sales. Naja, jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Wie ihr euch dann ja denken könnt, kommen die Sales natürlich wieder von Spreadshirt. Also Spreadshirt, muss ich sagen, hat sich richtig schön jetzt die letzten Tage entwickelt. Es gab hier zwei Returns, deswegen sind es jetzt nur noch 28 und in dem Monat 30. Also ich hatte ursprünglich auch 30 im Mai. Aber wie gesagt, da gab es jetzt zwei Returns, deswegen sind wir bei 28 und 30 jetzt im Juni. Und vom Verdienst her, wie man sieht, habe ich 93,37 Euro auf Spreadshirt verdient. Ich muss sagen, ich bin wirklich zufrieden. Ich dürfte jetzt bei Spreadshirt auch demnächst meine 100 Sales erreicht haben ohne Marktplatz. Ich glaube, ich bin bei 106 oder was. Das heißt, wenn jetzt die alle gut geschrieben sind und diese zwei Wochen Rückgabefrist und so weiter alles abgelaufen ist, dann dürfte ich jetzt eigentlich im Laufe des Julis hochgestuft werden. Müssen wir mal schauen, wie das Spreadshirt macht. Würde mich mal interessieren, ob von euch schon jemand hochgestuft worden ist aus Stufe 2 in Stufe 3 oder 4. Da kriegt man momentan ja recht wenig mit. Gut, ist ja jetzt auch erst vor kurzem gewesen die Umstellung. Aber wäre mal ganz spannend, ob schon jemand hochgestellt worden ist. Wie die das handhaben, ob das auch so intervallmäßig kommt oder wellenmäßig wie bei MBA oder ob da jeder einzelne Account individuell hochgestuft wird. Wenn ihr da was wisst oder selbst irgendwie hochgestuft worden seid, dann einfach mal gerne in den Kommentaren was hinterlassen. Wäre ganz spannend. Dann noch kurz was in persönlicher, eigener Sache. Ihr habt gemerkt, jetzt die letzten zwei Wochen war es relativ ruhig um mich. Ich war zum einen krank, ich habe Erkältung gehabt während der Facebook-Gruppe ist. Der hat es mitbekommen, da habe ich es gepostet. Mir geht es jetzt soweit wieder besser. Ich bin allerdings noch ein bisschen recht verschnupft. Naja, ein bisschen oder recht so irgendwas dazwischen. Denk allerdings, dass das jetzt dann besser werden wird und dann auch wieder mehr Videos kommen. Ist allerdings auch so, muss ich sagen. Wir haben hier privat gerade mit unserem Mietverhältnis ziemlich Stress. Das heißt, wir sind da mit unserem Anwalt, ja, unser Vermieter und wir gehen quasi, unterhalten uns nur noch per Anwalt. Unschöne Sache, könnt ihr euch vorstellen. Das bedrückt uns persönlich natürlich sehr. Vor allem deswegen, weil wir uns unbedingt was Neues suchen wollen, weil das so jetzt keinen Taub mehr hat. Also unser Vermieter möchte uns jetzt auch den Garten wegnehmen. Und ja, mit zwei Kindern, bald drei Kindern ist das einfach. Das geht nicht. Deswegen müssen wir mal schauen, wie es sich auf dem Wohnungsmarkt für uns entwickelt. Wir sind da auf der Suche. Ja, natürlich eher so hier in unserer Region. Nördlingen, Oettingen. Allerdings muss man sagen, da gibt es eigentlich so gut wie gar nichts, was bezahlbar ist. Also sofern man jetzt nicht irgendwie bereit ist oder in der Lage ist, ich sage mal 1500 Euro aufwärts zu zahlen für ein Haus zu mieten. So fünf Zimmer oder was. Dann wird es halt echt eng. Dann haben wir noch einen Hund. Das macht es natürlich nicht leichter. Und deswegen kann es sein, dass wir tatsächlich sogar bundesweit suchen. Aber das steht jetzt alles noch ein bisschen in der Schwebe. Das könnt ihr euch vorstellen. Das ist doch ein recht akutes Thema bei uns. Das beschäftigt uns schon sehr gedanklich. Weil mal eben die Zelte abzubrechen, die Kinder aus dem gewohnten Umfeld rauszureißen, die Familie zu verlassen, mehr oder weniger. Also geografisch ist jetzt was, was man nicht so eben mal macht. Zumindest wir nicht. Deswegen wird es jetzt mit den Videos erst einmal ein bisschen weniger sein, bis wir da, sage ich mal, hoffentlich bald eine Lösung finden. Und einen bezahlbaren Wohnraum gefunden haben. Und einfach mal wissen, wie es weitergeht. Und wenn das sich, sage ich mal, zum Guten gewendet hat, dann habe ich auch wieder ein bisschen mehr Energie für die Videos. Und ich werde aber, wie gesagt, nichtsdestotrotz trotzdem immer noch Videos machen. Nur vielleicht ist es nicht mehr ganz so viele wie davor. Wir müssen mal sehen, wie es jetzt entwickelt. Ich kann halt nur so machen, wie ich es kann. Und ja, ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Und wir hören uns dann im nächsten Video.